Hallo euer mein Güter mit Drenn an den Kona vom Großkanal zurück zu Five Lonely Nights. Wir haben schon einen Stern für was auch immer und wir sind jetzt in Nacht 3. Press Enter to skip, hallo? Das können wir uns alle sparen hier verstehst. Das ist alles zu lang. Ihr könnt sich ja gerne selber lesen. Aber wir wollen ja was spielen. Wir wollen ja was spielen. Bang your hand. Nach 3. Noch kommt keiner. Noch ist alles easy, Leute. Wer kommt schon mal? Hier kommt keiner. No. Left hold. Kommt auch rein. No. 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 Sie gefällt mir. Ich mach nix. Sie, die... Die hier... Was? Gleich zu zweit? Two in a row oder was? Aber hier kommt keiner. Die hier. Rude. Mein, 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 mein Dings geht aber nicht. Really? I love it. So crazy. Wieso geht mein Ding hier nicht? Mein Schockbutton geht ja gar nicht. Warum nicht? Also bei den beiden links muss man auf jeden Fall die Maske aufziehen. So gut hab ich verstanden. Wollte ich aber testen hier. Er kommt hier wieder. Er ist ja nach 4 Uhr. Da kommt es wieder. Böse. Sehr böse. Sie ist böse. Sie hier. Verstehst du? Aber so machst du Spaß, ne? Es ist schon ein richtiges Spielchen für mich. Bei der nicht so schwer ist. Für mich zumindest mal, ne? Ja. Glaub ich wieder 5 Uhr. Es könnte ein bisschen Action geladen sein. Verstehst? Ein bisschen mehr Action Power. Oh. Oh, er kommt wieder. Yo. Jetzt ist wieder hier mein... Mein Monitor damaged. Na wunderbar. Na wunderbar. Zu oft den Monitor... Ist der Monitor kaputt? Zu oft den Monitor geschaut. ... ... ... ... ... ... ... Er kam ja diesmal allein. Er kam ja. Er kam ja schon. Er kam ja auch immer. Es ist 6 Uhr und der Schockbad. Er will, er lässt mich jetzt so mal gehen. Es ist alles dunkel. Ich habe gesagt, ich werde dich verlassen. Er verlässt uns. 7 Uhr. 9 Uhr. Warum der Schockbutton nicht geht, das weiß ich nicht. Wir skippen. Ich möchte nicht lesen, ich möchte spielen. Und der Schockbutton geht ja immer noch nicht. Und eine andere Funktion habe ich ja nicht. Ich kann ja sonst nichts machen. Ich schaue jetzt mal nicht auf die Kamera, auf den Monitor. Und warte hier einfach bis was passiert. Also wenn wir hier jetzt durch Nacht 4 kommen, dann spiele ich Nacht 5 auch noch. Dann würde ich es auch hinter uns kriegen, in 2 Parts oder so. Es kommen auf jeden Fall 2. Nee, nachher funktioniert. Nachher funktioniert wieder mein Monitor nicht. Und dann bin ich wieder zu Depp. Aber warum der Schockschock? Jetzt... Der Schockbutton geht also nur, wenn er da ist. Ah, I understand. Also in der Demo mit der gelben, das hat mir besser gefallen. Die ist ja so gerannt. Die ist ja gerannt, oder? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also zweimal Maske, sie beim Cursor und den komischen Foxy-Verschnitt mit... Die zwei vermisse ich ja noch. Verstehst? Ich möchte ja nicht wieder für einen Stromausfall sorgen. No. Oh meinst du? No, ich bitte nicht, wer jetzt schwa? Ich werde nicht mit den anderen Tonnen scleren. Dann geh mal auf. Schwerel doch und den Moment. Ich mache noch nicht mehr nicht mehr. Du bist ja noch nicht mehr schwa aqui. Es war das drin? Ich lese. Oh, das ist ja so, ich glaube, was schon mal hier. Ich lese. Ich habe noch eine andere Station. Ich habe mich noch nicht mehr schwa. voll der stressmacher ich habe schon Panik bekommen, dass der Schockpad nicht funktioniert Nein, nacht 5 wird es dann einen weiteren Part geben, wenn ich überhaupt durchkomme Man weiß es ja nicht Aber es kommt keine Pizza Wo ist meine Pizza? Hallo Blue Eyes Sieh wieder weg Sieh wieder weg Ich spiele nicht allzu schwer, aber irgendwie gefällt es mir trotzdem Ich spiele nicht Ich spiele nicht Ich spiele nicht Boom Immer wieder Boom Tick Tick Das ist etwas Juli 墊 Ehe Hier kommt noch keiner Blous ich zur Obwärme schon wieder vor 5.00 Uhr Und man muss ja bis 7.00 Uhr überleben Boah time for 1 inm auch hier Oder so ähnlich aber immer wieder immerhin mal wieder zwei Nächte abgefertigt aber wenn man den ganzen Text noch durchliest dann zieht sich das halt unfassbar in die Länge You are one of us Flash! Ahaha You are one of us Du 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 Schwung Yo, Baby Hallo Gaaaa Lady 6AM Wir ernähren uns der Zielgeraden. Ah, sie ist angenehm. Komm, Baby. Weg damit. Oh, jetzt weg mit dir. So, kommt auch mal einer oder kommt keiner mehr? Oh, jetzt kommt der wieder. Mal schauen, wie viele Sterne wir jetzt haben. Und dann haben wir nur Nachtfünfte. Ich werde es dann aber immer weitere Part geben. Strike. Yeah. Boom. Night Five. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende. Quick. Das war auf jeden Fall ein weiterer Part. Shit. Hallo. Ein bisschen langsam. Von Five Lonely Nights. Wo ist mein Stern? Ist das ein Stern weg? What? Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Auf dem großen Kanal. Bitte werdet euch das Video. Schreibt mir das Video. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpchen drücken. Press den Hate-Button. Und zu subscribe. Ansonsten bleibt es gesund. Bleibt es zu Hause. Boom. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sagen, Chimine und vierne Geront-Euro-Sigarette. Ich danke euch. Bei der Wetter nach fünf Minuten. Bye bye. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.